Heute für euch im Test das Polar Monkeys Chairman IPA. In der Optik haben wir ein schönes dunkles Bernstein und wir haben einen weißen Schaum, der einigermaßen stabil aussieht. In dem Bier ist unter anderem Grabfruit drin, Grabfruit-Konzentrat und Grabfruit-Zeste, also Schale. Und wir haben Hafer und Weizen und Zucker. Grasiger Eindruck im Geruch, das hat fast so einen Touch von Hanf, würde ich sagen. So ein klein wenig Spüllappen ist da mit dabei. Antrug, die ist ein bisschen kantig, die Kohle-Säure-Blaser, die wollte ich mir die ganze Zeit eine reinklöppeln. Es bleibt der Eindruck dieser Grasigkeit, es bleibt der Eindruck dieser Grabfruit-Zeste. Es ist ein Bier zum Essen, sagen wir doch mal so. Es ist ein Bier zum Essen, asiatische Gerichte, passt das Ding ganz gut dazu. Es bleibt eine Trockenheit, es bleibt sehr trocken sogar im Mund. Wer das mag, der ist bei dem hier ganz gut aufgehoben. Der Gesamteindruck, es ist kein schlechtes Bier, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Und würde ich sagen, passt zu dem Essen, immer zu dem Essen dazu denken, dann geht das ganz gut. Die Wertung für das Polar Monkeys Chairman IPA, dreieinhalb von fünf möglichen von mir für dieses Bier. Damit wir wissen, ob euch dieses Format gefällt oder nicht, entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Das war's, bis zum nächsten Mal.